Hallo, ich bin Carlo Scheer, Sales Engineer bei Stresstech. Heute zeige ich Ihnen unser neues Röntgen-Diffraktometer DR45. Das DR45 lässt sich intuitiv bedienen und kann von jedem Mitarbeiter auch im Produktionsumfeld eingesetzt werden. Seine Besonderheit ist die wirklich extrem kurze Messzeit. Normgerecht wird nach DIN EN 15305 in wenigen Sekunden eine Eigenspannungsmessung ausgeführt. Auch die Software ist neu mit verbesserter Bedienoberfläche und Visualisierung aller wichtigen Daten und des Messablaufs. Natürlich gibt es von uns das komplette Zugehör, also Strahlenschutzkabine, Paket für Eigenspannungstiefenprofile und vieles mehr. Sprechen Sie uns gerne an, um mehr über das DR45 zu erfahren oder um Testmessungen ausführen zu lassen. Sprechen Sie uns gerne an, um mich zu hören? Ja, das ist okay. Sprechen Sie uns gerne an.